Es ist heute der 4. September 1960, es ist jetzt 10.14 Uhr und es läuft das 46. Tonband. Ich zeige Ihnen jetzt hier drei Dokumente, Fotokopien. Das erste, meine Nummer, 442-28, ist der Abdruck des Dokumentes NO 036 der Anklagebehörde im 4. Nürnberger Kriegsverbrecherprozess. Es ist ein Brief Himmels an Pohl vom 10. März 1942 und betrifft die Veröffentlichungen des Dr. Madaus über medikamentöse Sterilisierung. Das zweite Dokument, meine Nummer, 442-27, ist der Abdruck des Dokumentes NO 044 der Anklagebehörde im 4. Nürnberger Kriegsverbrecherprozess. Ein Aktenvermerk unterzeichnet Brand, SS-Obersturmbannführer, vom 22. Juni 1942 und betrifft seine Besprechung mit Pohl bezüglich der Sterilisierungsversuche des Dr. Madaus in den Konzentrationslagern. Das dritte, meine Nummer, 442-29, ist der Abdruck des Dokumentes NO 050 der Anklagebehörde im 4. Nürnberger Kriegsverbrecherprozess. Ein Schreiben der Adjutantur, gezeichnet Fischer, des Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, datiert Berlin den 4. Juli 1942, gerichtet an das Reichssicherheitshauptamt Römisch 4b4, zu Händen von SS-Sturmbannführer Günther und betrifft Übersendung von Lichtdrucken der Vorgänge des Dr. Madaus. Wollen Sie sich die drei Dokumente durchlesen? Ich stelle einen Moment die Maschine ab. Haben Sie sich die drei Dokumente durchgelesen? Wollen Sie sich dazu äußern? Also, zum Ersten, mir ist von dieser Angelegenheit nichts bekannt. Ob mir damals was bekannt war, weiß ich nicht, das will ich nicht sagen, aber ich finde es nur sehr komisch bei der ganzen Angelegenheit, dass das einzige von den drei mir vorgelegten Dokumenten, zu denen ich wirklich Stellung nehmen kann und muss nämlich das Schreiben der Adjudantur, oder was ist das? Nein, das Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei im Reichsministerium, mit ihm sein, jawohl, Adjudantur, an das Reichssicherheitshauptamt 4b4, zu Händen von SS-Sturmführer Günther, und zwar vom 4. Juli 1942, wo rin sich der Obersturmführer Fischer von der Adjudantur auf ein Telefongespräch mit Günther bezieht und ihm ankündigt, dass er Lichtdrucke der Vorgänger Dr. Madaus übermittelt und er bittet in dieser Angelegenheit mit der Dienststelle des SS-Obergruppenführer Pol engstens zusammenzuarbeiten. Ich vermag aus dem überhaupt nichts zu entnehmen. Ich wundere mich bloß, dass nachdem es eine Reichsführerangelegenheit ist, das lässt sich ja noch nicht leugnen, aufgrund dieser drei Vorgänge, dass ich da nicht mit befasst worden bin. Das ist, denn um jene Zeit war Günther ja nicht Referent gewesen. 1942 waren Sie der Leiter der Vorgänger. Da war ja ich Referent gewesen und nicht Günther. Also, wenn es eine Reichsführerangelegenheit ist, warum befasst man hier Günther? Also, mit anderen Worten, ich hätte mich damals, hätte ich, sagen wir mal, wenn ich das damals bekommen hätte, dann müsste ich mich auf jeden Fall beschwerdeführend auf dem Dienstwege gemeldet haben, irgendwie. Weil in einer Reichsführerangelegenheit hier mit einem Sachbearbeiter von mir Führung aufgenommen worden ist. Noch dazu von der Artigantur des Reichsführers. Ist nicht anzunehmen, dass Sie dann Günther beauftragt hatten, diese Sache durchzuarbeiten? Nein, 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 das müsste auf jeden Fall an mich gegangen sein. Auch wenn ich zehnmal einen Auftrag gegeben habe, an einem Sachbearbeiter. Das kann natürlich vorkommen, dann ist aber das im Aktenzeichen oben. Das ist eine ganz andere Sache. Also, bürotechnisch eine ganz andere Angelegenheit. Die wird ja, da wird ja nur im Bezug, aus dem Bezug könnte man das entnehmen, wenn es der Sachbearbeiter. Aber hier ist es direkt eine Reichsführerangelegenheit. Es ist mir schleierhaft, wie das zustande gekommen ist. Ist es nicht an Ihre Abteilung gerichtet, 4b4? Ja, ja, das wundert mich ja eben. Es ist an meinem Dezernat gerichtet, 4b4, und zu Händen von Sturmannführer Günther in einer Reichsführerangelegenheit. Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Ich weiß es nicht, was das ist. Ich kann dazu im besten Willen keine andere Erklärung geben. Und ich glaube aber, dass ich das auch zum ersten Mal gesehen habe, denn ich hätte mich damals, um es ehrlich zu sagen, sehr geärgert, dass ich hier in einer Sache, die der Reichsführer behandelt, übergangen werde. Und zwar nicht aus der sachlichen Erwägung heraus, sondern aus dem Prinzip heraus, ich bin der Dezernent und über meinem Rücken geht vom Reichsführer, also geht praktisch der Reichsführer, hinweg und verhandelt hier mit einem meiner Sachbearbeiter. Eben, das ist doch nicht anzunehmen, das ist so wahr. Folglich ist es nicht eher wahrscheinlich, dass in diesem Falle Sie Günther beauftragten, diese Sache eher zu besprechen, und nachdem er den Telefonanruf geführt hatte, mit dem Brief unterschriebenen Fischer, der sich auf das Telefonbespräch beruft und diesen Brief ihm schickt. Ich kann als Referent niemals eine Reichsführerangelegenheit auf einen nachgeordneten, sagen wir mal, übertragen, sondern eine Reichsführerangelegenheit muss ich als Dezernent persönlich machen. Die kann ich nicht von mir aus übertragen. Deswegen ist das, es ist mir ein Rätsel, wie diese Sache zustande gekommen sein kann. Ich kann Günther nicht die Weisung gegeben haben, hier, mach du mal die Sache und unterrichte mich, denn das kann ich bei jeder anderen Sache machen, aber nicht bei einer Reichsführerangelegenheit, auch nicht einmal bei einer Angelegenheit Chef der Sicherheitspolizei in der S.D. Ja, nicht einmal, wenn der Amtschef mir einen Befehl gibt, Amtschef hier jetzt, kann ich diese Sache nicht von mir aus federführend dem Günther delegieren. Das geht nicht. Günther war doch Ihr... War mein ständiger Vertreter. Ständiger Vertreter. Jawohl. Folglich wird doch doch bestimmt nichts in einer eigenen Initiative dort machen können. Ja, ich weiß es nur nicht, wie diese Sache läuft. Ich sagte schon einmal, dass einige Male Günther eben bedauerlicherweise in einer eigenen Initiative etwas unternommen hat. Das sagte ich anlässlich irgendeiner anderen Sache einmal. Ich weiß es nicht, es muss das auch damit zusammenhängen, dass er mich nicht unterredet. Ich kann mich nicht entziehen drauf. Eine Reichsführerangelegenheit müsste ich persönlich behandelt haben. Auch eine Chef der Sicherheitspolizei Angelegenheit müsste ich persönlich behandelt haben. Sonst wurde ich ja immer angeschrieben. In jedem Kitt-und-Käse-Fall heißt es SS-Oberstürmann-Führer-Eichmann-OV-Jagd. Aber hier heißt es ausdrücklich zur Hand von SS-Stürmann-Führer-Günther. Ich weiß es nicht, vielleicht hat man ihn hier, weil er an sich ja der härtere, wie soll ich sagen, härtere Menschen-Typ gewesen ist. Vielleicht, ich weiß es nicht, ich kann es nur so erklären. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Es ist doch nicht anzunehmen, dass man den Leiter der Abteilung übergehen wird und sich an einen anderen untergestellten... Normalerweise nicht. Aber hier ist es ja nun de facto gegeben. Es ist de facto so, dass vom Reichsführer SS Artillatur direkt mit Günther entfandelt. Ich muss selber staunen. Ich muss staunen drüber. Ich habe Ihnen die anderen zwei Dokumente gezeigt, damit Sie sehen, um was es sich handelt. Jawohl. Daraus geht er vor, dass es sich um... Sterilisation. Sterilisation handelt. Medikamentöse, wie Himmler in seinem Brief schreibt. Jawohl. Und in dem letzten Brief wird dann Ihre Abteilung aufgefordert, mit Pol engstens zusammenzuarbeiten. Jawohl. Aber wie gesagt, mir ist der Dr. Madaus ein Rätsel. Das ist mir genauso fremd wie die ganze Angelegenheit. Es ist mir genauso fremd wie die ganze Angelegenheit. Wie kann Günther hier in engere Beziehung mit Pol treten, ohne ihr Wissen? Ja, nun... Wenn er hier die Sache hat, schriftlich hat, und was er dann veranlasst, da ist er gedeckt. Nicht wahr? Natürlich, es ist an sich nicht normal. Es ist anormal. Ich muss es immer wieder sagen, es ist anormal. Von rechts wegen kann so etwas nicht passieren, aber es ist nun mal geschehen. Ich weiß nicht aus welchen Gründen. Es ist nun mal geschehen hier. Es ist ganz klar. Was wurde in dieser Sache dann unternommen? In diesen Madaus' Geschichte? Hauptmann, ich weiß es nicht. Ich kann überhaupt keine Erklärung dazu abgeben, weil ich es nicht weiß. Also ich würde es machen, wenn ich es wüsste. Wollen Sie dann die drei Dokumente unterzeichnen? Eine Sekunde, bitte. Als Beweis dafür, dass sie vorgelegt worden sind. Anliegende Lichtdrucke der Vorgänge, Dr. Madaus. Lichtdrucke. Ich frage mich jetzt, kann das Korrespondent sein, Lichtdrucke? Oder können das Exposés sein? Ich nehme an, dass diese Lichtdrucke Fotografien sind von Experimenten, die durchgeführt worden sind. Aber wenn sie durchgeführt worden sind, warum dann engste Führungnahme mit der Dienststelle SS-Oberflugend für Pol? Also wie gesagt, ich werde hier nicht schlau draus. Sonst bin ich mit Sachen befasst worden, die ohne weiteres, und es ist ja eine Entflogenheit gewesen, dass automatisch, wenn 4b4 genannt wurde, so wurde ich ja automatisch mitgenannt, wie das eben üblich gewesen ist. Aber hier ist es, ich weiß nicht, ich kann keine Stellung dazunehmen, weil ich nicht weiß. Wüstig würde ich es ohne weiteres sagen, weil es ist wiederum ein Vorgang, nicht wann, wo klipp und klar hervorgeht, dass damals kein geringerer als wieder höchster Chef persönlich befolgen hat. Also, was sollte ich mich hier, sagen wir mal, von einer Sache davontrudeln wollen, wo es so eklatant liegt, dass ein haarscharfer Befehl vorliegt seitens des höchsten Chefs, der auf jeden Fall zurückgeführt hat werden müssen. So oder so, also hätte es gar keinen Zweck, wenn ich mich distanzieren wollte davon, wenn nicht diese außerordentlich merkwürdige Angelegenheit, ich glaube, es ist überhaupt das erste Mal in dieser Form passiert, bei dem altesten Dokument. Wir haben schon vorher eins gesehen von der Sterilisierung, dem vorigen Brief, ein Dokument, wo auch eine Kopie an 4b4 Günther ging. Auch an Günther? Ja. Ja. Das war die Glauberg-Geschichte aus Königshütte. Da kommt es mir so vor, als ob er sich da persönlich irgendwie reingelangen hat. weil es ist wirklich sehr merkwürdig ist, was man hier den Dezernenten übergeht. Kann er sich persönlich hereinmischen, ohne dass Sie davon Kenntnis haben? Ja, ich kann ja nicht dauernd kontrollieren, was er für Telefongespräche führt, was er für Verhandlungen führt, gesassene Zusammenhang. Aber das sind doch Akten, die dann automatisch erst an den Leiter der Abteilung gehen und dann weitergehen. Alle Akten sind mir ja nicht vorgelegt worden. Aber bestimmt Akten von der Adjutantur. Das müsste ich ja an, das müsste ja ganz klar sein vom Reichsführer. Deswegen ist mir das eine völlig rätselhafte Angelegenheit. Hier muss Günther eine, wie sagt es, merkwürdig, dass die eine Sache der Stilisation, wie Sie eben sagten, mir ist momentan entfallen gewesen, aber auf Königshütte entziehen ich mich jetzt lag ein Dokument vor, dass auch das mit Günther, also muss er direkt sich reingehauen. Ich zeige Ihnen jetzt hier zwei Seiten Fotokopien, meine Nummer 4, 43-22 A und B. Es ist ein Schreiben Ihrer Abteilung 4b4, klein b, vom 24 September 1943 an das Auswärtige Amt betrifft Abschickung des Juden sowjetischer Staatsangehörigkeit Max Gubic aus Brüssel. Ich zeige Ihnen hier dieses Dokument, können Sie mir sagen, wer das unterschrieben hat? Huntschel. Huntschel. Das ist Huntschel. 43 Huntschel konnte unterschreiben. Huntschel ist Regierungsrat gewesen. Aber der andere, den wir da gekriegt haben, Krischak wird es wahrscheinlich sein, wie nachher, haben Sie sich mit dem Namen genannt, Krischak war nicht unterschrittsberechtigt, obwohl es an sich eine Sache ist, die nicht von großer Bedeutung ist, aber trotzdem. Aber trotzdem. Es handelt sich um die Antwort eines Anschreibens des Auswärtigen Amtes an den Chef der Sicherheitspolizei und der CSD vom 24. September 1943. Hier wird mitgeteilt, dass ein Jude sowjetische Staatsangehörigkeit am 25.08.1942 nach dem Osten abgeschoben worden ist und zu jener Zeit die Juden sowjetrussischer Staatsangehörigkeit von den Abschiebungsmaßnahmen noch nicht ausgenommen waren. Das jedoch aufgrund der inzwischen mit dem Auswärtigen angetroffenen Vereinbarungen seit dem 5.03.1943 sowjetrussische Staatsangehörige nicht mehr abgeschoben werden. Ja, das ist aufgrund der Richtlinien, wer, also ich will mal sagen, welche Staatsangehörigkeiten in die Abschiebungsmaßnahmen mit einbezogen werden können und welche nicht. Wollen Sie das Dokument bitte unterschreiben als Beweis dafür, dass Sie Honsches Unterschrift hier identifiziert werden? Ich zeige Ihnen jetzt zwei Seiten Fotokopien eines Briefes ihrer Teilung 4b4 vom 10. Juni 1943. an den Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in Frankreich, Dr. Knochen, nachrichtlich an die BDS in Belgien und in Holland, betrifft Gräuelmeldungen pro jüdische Propaganda der Kirche. Der Bezug ohne. Das Schreiben ist von Ihnen aufgesetzt und unterschrieben worden. Beziehungsweise absigniert, wie Sie sagen. Ist absigniert worden, ja. Und beglaubt worden. In Ihrem Namen geschrieben. 4b4c, oben ist 4b4b, hier ist 4b4b. Ja, das bezieht sich auf den Haag. Ja, dann ist es sicherlich von mir abgedeckt worden. Wollen Sie das Dokument durchlesen? Jawohl. Ich stelle einen Moment ab. Haben Sie das Dokument durchgelesen? Jawohl. Wollen Sie sich dazu äußern? Es ist ein Schreiben an die BDS in Paris, Brüssel und Den Haag. Von mir diktiert, denn es gibt nichts hervor da oben. 4b4, also muss ich es diktiert haben. Vom 10. Juni 1943, betrifft Gräuelmeldungen. Hier werden die Befehlshaber darauf aufmerksam gemacht, dass die Geistlichen nach Tunlichkeit, ja, sicherlich habe ich das abdiktiert, denn Tunlichkeit ist ein Wort, das, ich meine, es gibt wohl sicherlich auch andere, die dieses Wort gebrauchen, aber ich habe es auch vorzugsweise gebraucht, das Wort Tunlichkeit. Es ist aufmerksam gemacht, dass nach Tunlichkeit Geistliche den Evakuierungslagern ferner zu halten sind, weil sie wie im gegenständlichen Fall hier ein französischer Pfarrer berichtet über die Angelegenheit oder über die Tätigkeit in Sammellagern während der französischen Judendeportation in einem Buch betitelt Juden, Not und Christenglaube erschienen im evangelischen Verlag AG Solikon Zürich Schilderungen von sich gegeben hat. Das entspricht der Weisung des, ich weiß nicht, Reichsführer des ES oder Chef der Sicherheitspolizei, jedenfalls derselben Befehlsgebung nach der zum Beispiel, um einen Fall, einen akuten Fall hiermit anzuführen, die in Schutzhaftnahme des evangelischen Pfarrers Grüber erfolgte wegen seiner Intervenierung. Hier waren es wohl keine Intervenierungen gewesen, hier war es eine Veröffentlichung gewesen, aber egal wie dem auch immer war, es war untersagt gewesen und es musste dagegenstellung genommen werden. Fiel dieser Brief unter Ihr Unterreferat politisierende Kirchen? Ich weiß nicht, ob ich damals schon 10. Juni, ob ich damals schon die politisierende Kirchen hatte, weiß ich nicht. Dazu kann ich keine Stellung nehmen, jetzt weil ich das nicht weiß. Es könnte, es könnte sein, könnte sein, muss nicht sein, aber das ist jedenfalls leichter zu stellen aufgrund des Datums und des Organisationsplanes, ob ich um jene Zeit schon dieses zweite Referat bekommen habe. Wollen Sie das Dokument unterschreiben als Beweis dafür, das Ihnen hier vorgelegt worden ist? Dieser Befehl, der hier gegeben worden ist von Ihnen, dass die Geisterchen die Sammellager nicht mehr besuchen dürfen, und der ist dann bindend gewesen für die angeschriebenen BDS. Ja, ich sagte nach Tunlichkeit, also es ist kein Befehl gewesen, sondern es ist eben anheimgestellt worden, wenn es möglich ist, soll das mit anderen Worten heißen, möge man dies vermeiden. Auch das Wort nach Tunlichkeit, es ist also kein scharfer, es ist kein Erlass gewesen, sondern es ist eben anheimgestellt worden. Ich zeige Ihnen jetzt zwölf Seiten Fotokopien eines Abdrucks des Dokumentes PS 1553 der Anklagebehörde im ersten Nürnberger Kriegsverbrecherprozess. Es trägt meine Nummer 42 BPD 42-1A durchgehend bis L. Es ist eine Erklärung des Dr. Kurt Gerstein, ehemaliger Chef des Technischen Desinfektionsdienstes im SS-Führerhauptamt, Führungshauptamt, seine Z-Dienst, Amtsgruppe D-Hygiene, über die Benutzung der Giftgase in den Vernichtungslagern, die bei ihm von Günther im Juni 1942 bestellt wurden. Wollen Sie sich das Dokument durchlesen? Jawohl. Ich stelle einen Moment den Apparat ab. Jawohl. Haben Sie das Dokument durchgelesen? Jawohl. Wollen Sie sich dazu äußern? Jawohl. Es handelt sich um einen Bericht des Bergassessors Diplom-Ingenieur Kurt Gerstein. Und zwar über seine, erstens einmal um die Lieferung von Blauser an Hauptschulführer Günther vom Jahre 1942, glaube ich. Ah, hier. Er gibt das Datum auch an, genau. Vom 8. Juni 1942, und zwar 100 Kilo Blausalde. Ja, 100 Kilo Blausalde. Dann handelt es sich um einen Bericht über seine Teilnahme an Tötungen in Generalgurman. Und zum Schluss teilt er mit, dass Günther Anfang 1942 von ihm weitere Blauser... Anfang 1944, meinst du? Ah, 1944 weiterer Blausalde haben wollte. Weiterer Blausalde haben wollte. Und frug ihn, ob er Medikamente hätte oder ob er Gift hätte, um in Theresienstadt um in Theresienstadt den Wind auszunützen zur Tötung von Menschen. Ich muss dazu sagen, dass das für mich alles fremd ist. Von dem gesamten Personenkreis hier drin könnte ich höchstens einen kennen, und zwar das ist der Hauptmann, Girt. Ich wusste den Namen nicht mehr, aber mag sein, dass das der selbe Hauptmann ist, von dem ich erzählt habe, als ich nach dem Generalgurman geschickt wurde und dort einige Holzhütten im Bau waren. Sämtliche übrigen Namen sind mir fremd, nie gehört, nie gesprochen. Ich habe mit den Leuten nichts zu tun gehabt. Und dann habe ich gesehen hier, dass es an einer Stelle heißt, Hitler und Himmler, hätten so ein Vernichtungslager besucht, dass Himmler ein Vernichtungslager besucht hat. Das hörte ich schon, aber dass Himmler besucht hat, dass Hitler ein solches Lager besucht hat oder mehrere solche, das habe ich zum ersten Mal jetzt hier gelesen, das wusste ich nicht. Dann lese ich zum ersten Mal die Zahl von 25 Millionen, er schätzt ja auf 25 Millionen getötete Menschen. Kann ich auch nicht Stellung nehmen dazu, ich lese die Zahl zum ersten Mal. Von der Tatsache, dass Günther Blausäure hier abgeholt hat, weiß ich nichts, gar nichts. Ich muss wiederum sagen, sehr merkwürdig, merkwürdig, dass Günther mit diesen Sachen beschäftigt wurde und ich hier nicht einmal, bitte sehr, nicht, dass ich darauf Wert lege, Herr Haubmann, aber ich finde es merkwürdig, dass ich hier nicht erwähnt bin, wenn ich damit befasst worden wäre. Sie erzählten doch, glaube ich, schon, dass Günther über Bestellung von Gas berichtet hatte, wo Sie dann schon gesagt haben, ja, wie konntest du das machen, kannst du das machen, und du musst doch den Müller melden oder irgend so etwas, wie soll ich das vor Müller verantworten oder so etwas sagten sie einmal ja. Jawohl, aber das war, das ist wahrscheinlich, also diese Anfangs 1942 ist mir überhaupt unverständlich, ist mir völlig unverständlich. Das ist, als ich von Ungarn gekommen bin, habe ich das gehört und das habe ich aber auch nicht von Günther gehört, das habe ich nicht von Günther gehört, ich kann es heute nicht mehr sagen. Jedenfalls, als ich von Ungarn kam, habe ich das gehört und da habe ich ihn gefragt, dieser halbe. Als ich von Ungarn kam, habe ich das gehört. Und das mag auch da zusammentreffen, bitte ich. Aber Anfang 1944 waren Sie ja noch in Berlin. Ja, natürlich war ich da in Berlin gewesen, aber ich weiß ja nun nicht, wann das im Jahr 1944 gewesen ist, nicht lange. Also jedenfalls, ich weiß von dem einen nichts und von dem anderen nichts. Ich bin damit nicht befasst worden und wo ich nicht damit befasst worden bin, da kann ich mich ja nun heute nicht partout mit hineinliegen, das kann ich ja noch nicht machen, das weiß ich da war. Denn wäre ich befasst worden damit, Herr Hauptmann, dann würde hier auch mein Name drinstehen, wie das überall ja nun in den ganzen Dokumentenserien Usuellen gewinnst. Sie haben den Günther beauftragt, der Sache nachzugehen. Nein, habe ich nicht. Günther hat bestimmt nicht auf Eigenfaust geantwortet. Nein, 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 habe ich nicht, muss ich Ablehner aufmachen, habe ich nicht. Habe ich nicht, ich habe ihn auch nicht beauftragt, hier in der Sterilisationsangelegenheit vorzugehen. Hätte ich das getan, dann würde ich das auch wissen, dann hätte ich das auch gesagt. Denn, bitte sehr, auch diese Sache hier, die hat Günther sich ganz bestimmt nicht von sich aus heraus zurechtgedacht, sondern er hat hier ebenfalls einen Befehl dazu gehabt. Das ist völlig klar, das ist mir völlig klar. Aber von mir hat er nicht nur keinen Auftrag gehabt, sondern ich weiß davon auch gar nichts. 100 Kilo Blauseil, ich habe keine Ahnung davon. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sie erinnern sich, dass Sie hier schon einige Male erwähnten über Günther, dass er Ihnen von dieser Gastgeschichte erzählt hat? Jawohl, habe ich auch gleich, habe ich zu Anfang schon. Also haben Sie es von Günther gehört und nicht von einer anderen Quelle? Ich will es nicht in Abrede stellen, ob ich es von Günther höre oder von jemand anderen. Ich glaube aber, dass ich es von jemand anderen gehört habe, denn ich habe Günther ja gefragt, habe ihn gewissermaßen, nicht zur Rede gestellt, ich habe ihn aber um Aufklärung angegangen, was da los wäre. Haben Sie dann den Günther nicht gesagt, ja wie konntest du, haben Sie überhaupt das machen, wie konntest du das bestellen, was mischen dich in solche Sachen herein? Sicherlich. Wie kann ich denn das, wie kann ich Eichmann das vor Müller verantworten? No, wie kann ich Eichmann das vor Müller verantworten, wäre ich sicher nicht gesagt haben. Haben Sie nicht hier gesagt? No, wie ich Eichmann das vor Müller verantworten kann? Das glaube ich aber wirklich nicht, dass ich das gesagt hätte. Das glaube ich aber nicht, dass ich das gesagt hätte. Denn er wird mir darauf sicherlich, kann man es vorstellen, ich weiß es nicht, ich kann, wenn ich die Sache mir zurechtlegen will, könnte ich mir vorstellen, dass er sagt, ja bitte, ich habe Befehl, so und so zu handeln. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung davon, Herr Hauptmann. Keine Ahnung. Nie was von Gast gehört, obgleich das auch Günther das gesagt hat. Dass 4b4, dass 4b4, also Günther, ein Angehöriger von 4b4, Blausäure irgendwie besorgen musste, nein, davon habe ich nie etwas gewusst. Nie etwas gewusst. Wenn das gemacht worden ist, so ist das hinter meinem Rücken gemacht worden, wenn ich dort gewesen bin. Wie konnte das 1942 hinter Ihrem Rücken gemacht werden, wo Sie der Leiter der Abteilung waren? Herr Hauptmann, wie konnte eine Sache, die der Reichsführer befohlen hat, hier eben, wie ich gesehen habe, ebenfalls hinter meinem Rücken gemacht werden? Das ist nicht bewiesen, dass hinter Ihrem Rücken gemacht worden ist? Ja, selbstverständlich, denn ich hätte angeschrieben werden müssen und nicht Günther. Noch dazu, wenn das eine SD, also eine Sicherheitspolizei ferne Stelle ist, gewesen wäre, dann würde ich sagen, gut, das ist in Unkenntnis der ganzen Sachlage. Aber nachdem es von der Attraktur des Reichsführers SS angeschrieben worden ist, ist das eine glatte Übergehung meines, meiner Person gewesen. Und ebenfalls in diesem Fall hier. Jedenfalls, was soweit es sich um 42 anbelangt, auf jeden Fall. Und 44 bleibt dahingestellt, wann es gewesen ist. Denn 44 war ich ja, naja, 44 war ich ja auch nur am Anfang in Berlin gewesen, in den ersten Tagen. Und dann war ich in dem Ort, jedenfalls 80 Kilometer von Berlin, östlich. Und dann ging ich noch ein Jahr. Nicht die ersten Tage, die ersten Monate waren Sie in Berlin? Nein, ich bin am 19. März bin ich, habe ich die österreichische-ungarische Grenze überschritten. Und zuvor war ich ja etliche Wochen, ich weiß nicht wie lange, vielleicht anderthalb Monate oder vielleicht noch länger in diesem, äh, in dieser Wald gegen östlich von Berlin gewesen. Möglich, dass das dann in dieser Zeit passiert ist, Anfang 44. Ich meine, ich habe keine Ahnung davon. Keine Ahnung. Hätte ich, wäre ich irgendwie befasst worden damit, Herr Hauptmann, dann ist es so naheliegend wie nur etwas, dass ich sowohl in dem einen, als auch in dem jetzigen gegenständlichen Fall irgendwie namentlich erwähnt wurde. Ich bin ja sonst kaum namentlich erwähnt worden. Merkwürdigerweise, dass ich hier nicht namentlich erwähnt worden bin. Also behaupten Sie, wollen Sie hier wirklich behaupten, dass Günther Ihnen über diese Bestellung im Juni 42, als Sie sein Amtschef waren, keine Mitteilung gemacht hat und dass er das ohne Ihre Einwilligung und ihr Wissen getan, gemacht hat? Jawohl, das muss ich sagen, denn es ist eine solche Sache, hätte ja, wenn es eine offizielle Referatsangelegenheit gewesen wäre, hätte ja auch offiziell behandelt werden müssen. Das ist ja nun schließlich kein Pappenstiel, nicht wahr? Noch dazu, wo gewissermaßen eine ganze Kommission hier oben geht. Gerstein, Lindner, Pfannenstiel, es sind dann Namen, die sind da übrigens oben gewesen, Obermeier, Hertenbolz oder wie das heißt. Es müsste ja irgendwie bei dem Personenkreis, müsste ich ja doch auch irgendwie dann in Erscheinung getreten sein oder sie müssten mit mir verhandelt haben oder gesprochen haben oder irgendetwas. Es ist von dem nichts da, ebenfalls in der ganzen Sterilisationsangelegenheit. Ich weiß nicht, was da spielt vor. Ich kann dazu heute keine Stellung mehr nehmen, als wie das, dass ich damit nichts zu tun gehabt habe und als Beweis kann ich höchstens anführen, denn andere Beweise habe ich ja heute nicht. Warum bin ich nicht genannt? Wo ich sonst immer angeführt wäre. Weil Sie Günther hingeschickt haben. Darum kann Herr Gerdstein dann über Günther schreiben, weil er mit ihm Fühlung hat. Genau, also wenn so etwas hier gewesen wäre, noch dazu, wo es, wenn es also wirklich wahr ist, dass Hitler so ein Lager besichtigt hat, was ich in Abrede stelle. Muss ich glatt glauben, glatt nicht glauben. Ich glaube, dass Himmler ja, aber dass Hitler ein solches Lager besucht hat, glaube ich nicht. Hätte ich davon gehört, hätte ich sicher davon gehört. Sie haben auch nicht mal davon gehört, dass Günther Gas bestellt hat? Ja, nun, ob Günther Gas bestellt oder ob Hitler ein solches Lager Tag besucht, Herr Hauptmann, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Bestimmt, Herr Günther war in Ihrer Abteilung und was verstand Ihnen? Ja, nun, ich kann ja schließlich und endlich nicht hinter jedem stündlich oder täglich sogar hinterher sein. Wie oft war ich weg gewesen von Berlin? Wie oft war ich alleine weg gewesen? Aber selbst wenn ich nicht weg gewesen bin, ich habe ja keinen Einfluss Einfluss darauf gehabt, wie er seine Tagesstunden verbringt. Ja, nicht einmal wäre er aufgehabt, was Ihre Leute, die ihm unterstehen, in Ihrer Abteilung tun. Hätte ich haben müssen, jawohl. Wenn er allerdings einen Spezialauftrag, einen Spezialbefehl bekommt von einem der Vorgesetzten, dann habe ich kein Recht dazu. Und dann würde diesen Spezialbefehl, wenn so einer überhaupt vorlag, Ihnen verhandeln? Das muss von rechts wegen mir Kenntnis gegeben worden sein, aber ich sehe hier in diesem Schreiben vom Reichsführer SS, Amphibie Viergünter, dass ich ebenfalls übergangen worden bin. Also hier muss es ja nun auch wirklich feststellbar sein, ob ich etwas gewusst habe oder nicht, denn die Sache ist ja bestimmt keine kleine Sache, sondern das ist ja ein, möchte man sagen, ein Großobjekt. Und hier muss es ja doch irgendwie klar sein, der Gerstein wird sicherlich noch leben. Herr Guthers ist bestimmt nicht auf eigene Forst hingegangen, hat das Gas bestellt und sich in diese Sachen reingewiesen. Sicherlich nicht, nein, das glaube ich auch nicht, das glaube ich auch. Aber von mir hat er den Befehl nicht bekommen. Von mir hat er ihn nicht bekommen. Sie erinnern sich an die Aussage von Höss, die ich mir vorgelesen hatte, was Höss sagte über die Vorbereitung zur Vergasung, dass er mit Ihnen darüber gesprochen hat und dass Sie ihm gesagt haben, Sie werden sich für Gas interessieren, so behauptete Höss. Wenn Sie das jetzt nehmen, was hier Gertstein sagt, dass plötzlich eines Tages am 8. Juni 1942 bei ihm der Günther auftritt und bei ihm das bestellt, passt das nicht in den Rahmen sehr schön herein? Herr Hauptmann, es sind einige Sachen schon passiert, wo die Sache wunderschön in den Rahmen hineingepasst hat. Wir haben gesehen, dass Gertstein diese Aussage zu einer Zeit gemacht hat, in Rottweil. Da war nicht der Hester anwesend. Also einer hat wahrscheinlich von dem anderen nichts gewusst. Sicherlich nicht. Glaube ich auch nicht. Aber was nicht wahr ist, kann nicht wahr sein. Ich kann nicht etwas zugeben, was nicht wahr ist. Und ich habe, wie gesagt, den einen Beweis, warum bin ich denn nicht genannt? Warum? Man fühlt mich ja in jeder kleinen Schmarrnangelegenheit, werde ich namentlich angeführt. Hier werde ich nicht angeführt. Da auch nicht. Es kann ja nur nicht angehen, dass ich etwa gesagt hätte, mach das, aber lasst um Gottes Willen meinen Namen weg. Das wäre ja ein Nonsens gewesen. Das hätte ich ja nie machen können. Und zweitens hätte es auch keinen Zweck gehabt. Das ist das Erstaunliche daran. Hätte ich etwas damit zu tun gehabt, dann müsste ich ja namentlicher genannt werden. Und das hätte Gerstein hier auf jeden Fall, hätte mich ja nachlich genannt. Auf jeden Fall. Und dann hätte Gerstein ja schließlich und endlich auch mit mir verhandeln müssen und nicht mit Günther. Also werden hier irgendwelche Befehle vorgelegen haben. Vielleicht hat ein, ich will nicht einmal sagen, Abschiffbefehl vorgelegen. Vielleicht hat ein CDS-Befehl vorgelegen oder weiß der Kuckuck, was für ein Befehl vorgelegen hat. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Sie haben nie etwas über Gas gehört. Gasmaschinen, die bestellt worden sind. Von solches Gas... Von dem Dezernat 4b4? Nein. Das darüber verhandelt worden ist. Gasmaschinen. Ja, zur Vergasung. Nein, nein. Hat das Dezernat 4b4 nichts damit zu tun gehabt. Jedenfalls ich habe keine bestellt und habe auch keinen Auftrag gemacht. Und Verhandlungen geführt darüber? Über Gasmaschinen, ich persönlich Verhandlungen geführt? Nein. Ich habe bezüglich Gasmaschinen keine Verhandlungen geführt. Nur eine Sache mir dabei nicht klar. Hier vor einigen Tagen, als Sie erwähnten, zum zweiten Mal, dass Günther Ihnen von Gasbestellungen berichtet hat, sagten Sie, dass Sie darauf gesagt haben, ja, wie konntest du das nur machen? Wie kann ich das vor Müller rechtfertigen? Wie erklären Sie dann das, wenn Sie in Ungarn waren und das gehört haben? Hätten Sie ja so etwas nicht mal sagen können. Das kann ja nur zu einer Zeit geschehen sein, wie hier Gerstel berichtet, im Juni 1942, zu einer Zeit, als Sie noch die Möglichkeiten hatten, überhaupt eine solche Antwort zu geben. Gut, also ich will jetzt mal mich gar nicht mal festlegen, glaube ich, Herr Hauptmann, dass es 1944 gewesen sein mag. Obwohl ich der Meinung bin, es ist 1944 gewesen. Aber ich will mich, ich will selbst das offen lassen, dass es 1942 gewesen ist. Nicht wahr? Und wenn ich ihn dann dieser Art befragt habe, dann zeigt das ja alleine schon, dass ich von der ganzen Angelegenheit nichts gewusst habe. Also hier auch wieder übergangen worden bin. Aus welchem Grunde? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, aus welchem Grunde. Bitte, vielleicht ist es auch ein Auftrag von Müller gewesen, an Günther Direkt. Ich habe keine Ahnung, nachdem Müller mich im Prinzip als einen empfindsameren Menschen kennengelernt hat als Günther. Ich meine, ich will nicht sagen, dass ich eine mädchenhafte Empfindlichkeit an den Tag gelegt hätte, aber ich war bedeutend empfindlicher, wenn ich, weil mir kein anderes Wort einfällt, als Günther zum Beispiel. Möglich, dass das so gewesen ist. Ich weiß es nicht. Eben, darum ist auch nicht anzunehmen, dass Müller sie übergehen wird und Günther einen Sonderauftrag bekommt und hier etwas unter ihm nimmt und dass man sie dabei übergeht. Das würde ich damit eben gesagt haben, dass man mich übergangen hat. Das ist ja der Redesinn gewesen, die ich eben hier von mir gegeben habe. Ich muss es ablehnen, mit diesen Sachen hier identifiziert zu werden, weil ich damit nichts zu tun habe. Ich habe die Pflicht damit nichts zu tun. Hätte ich was damit zu tun, ich würde es übernehmen. Ich würde mir dann sagen, hier bitte sehr, Himmler selber war drin gewesen, was kann ich machen, ich habe Befehl bekommen, die Sache ist egal, machen Sie bitte mit mir, was Sie wollen, denn ich konnte nicht an, dass ich einen Befehl gehabt habe. Nein, ich habe mich damit eben nicht zu befassen gehabt. Hätte ich mich damit zu befassen gehabt, bitte, ich würde sagen, wie ich das andere auch gesagt habe. Und als wir da ja auch von Günther gehört haben, hier im Juni 1942, dass die Bestellung ist und Sie sich darüber geärgert hatten oder aufgeregt hatten, wie Sie sagten, haben Sie sich bei Müller dann beschwert? Das weiß ich nicht, was ich veranlasst habe dort. Sicherlich wird mir, wenn es so gewesen ist, auch Günther näherer Auskunft gegeben hat, wird sich nicht in Schweigsamkeit zurückgezogen haben. Aber wie gesagt, was da gewesen ist, weiß ich nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob das 1942 gewesen ist, ob das nicht 1944 war, wie ich nämlich sehr stark vermute, diese ganze Sache. Denn 1944, glaube ich, war das erst, als ich Günther mich in diesen Sachen zur Rede gestellt habe. Dann hätten Sie mir nichts sagen können, wenn das 1944 gewesen wäre. Dann hätte ich ja, wie soll ich das für Müller verantworten? Ja, natürlich. Wenn er mir gesagt hätte... Sie sehen ja, dass es sich hier schon um eine Nachbestellung handelt. 1944. Antworten, jetzt, nachdem ich das gelesen habe, weiß ich das, nicht wahr? Aber, ich kann, es ist für mich sehr schwer, dazu Stellung zu nehmen, weil ich nichts weiß. Es ist, und ich habe als einzigen Beweis, kann ich als einzigen Beweis nur das hinlegen, was ich schon sagte. Bitte, man hat mich überall angeführt. Warum denn nicht hier, wenn ich damit zu tun gehabt habe und damit befasst gewesen bin? Warum hat man mich da nicht angeführt? Es lag ja nichts näher, als mir das zu tun. Weil Gerscht da nichts mit Ihnen zu tun hatte, weil er mit Günther zu tun hatte, der geschickt worden ist dafür. Ja, nun... Das stimmt mit Ihrem Wissen. Nein, mit meinem Wissen nicht. Das muss ich ablehnen, Herr Hauptmann. Das muss ich von mir weisen. Wollen Sie das Dokument unterschreiben, als Beweis für, dafür, dass es hier vorgelegt worden ist? Denn da ist wohl anzunehmen, nachdem Sie den ganzen Tag beisammen waren oder sogar vielleicht mehrere Tage beisammen gewesen sind, dass da doch ein Wort gefallen wäre, etwa, dass Günther Beisung bekommen hat von mir oder irgendwie etwas. Da wäre ja ein Wort gefallen. Gestern hätte es dann doch sicherlich bei diesem ausführlichen Bericht irgendwie miterwähnt. Und da wäre ja ein Wort gefallen. Und da müsste ja irgendwie auch Rechnungen da sein. Er schreibt ja wiederholt von Rechnungen irgendwie. Da müsste doch irgendein schriftlicher Vorgang dann auch da sein. Es geht ja nicht an, dass man 100 Kilo Blausäure nimmt und dann packt und weggeht. Da müssten ja irgendwelche... Rechnungen gibt es. Eben, da muss ja auch eine Korrespondenz mit dann verbunden gewesen sein. Rechnungen gibt es. Die Rechnung bekam Gerstern, denn er machte die Bestellung für euch. Die gegenüber das Hygieneamt. Ja, und hat das Hygieneamt... Ist da keine Korrespondenz... Müsste ja eine Korrespondenz irgendwie vorliegen. Existiert. Zwischen der Fabrik und Gerstern. Merkwürdig ist es. Überall sind Akten vorhanden. Vorhanden. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich kann abschließend nur noch einmal sagen, Herr Hauptmann, ich bin mit diesen Sachen nicht befasst worden und ich habe auch keine Befehle gegeben in dieser Zeit. Ich zeige Ihnen jetzt zwei mal vier Seiten Fotokopien. Meine Nummer 4ALFG mit 43-13 A bis D und 4ALFG mit 43-13 E bis H. Das erste 4ALFG mit 43-13 A bis D ist ein Grunderlass vom 5. März 1943. Unterzeichnet Kaltenbrunner unter dem Amtzeichen Poln S 4B4 klein b und dann die Nummer 2314-43 G in Klammern 82. An die verschiedensten Dienststellen im In- und Ausland und betrifft die Behandlung von Juden ausländischer Staatsangehörigkeit im Reichsgebiet. Das zweite. Meine Nummer 4ALFG mit 43-13 E bis H ist ein Grunderlass, auch unterzeichnet Kaltenbrunner, gleichfalls vom 5. März 1943, aber von ihrer Abteilung 4B4 klein b herausgegeben und betrifft die Behandlung von Juden ausländischer Staatsangehörigkeit im Generalmovement und in den besetzten Ostgebieten. Dieses Schreiben ist an die diversen BDS und höheren SS- und Polizeiführern im Generalmovement Ostgebieten gerichtet und auch an die Chefs der Einsatzgruppen B und D. Wollen Sie sich die zwei Dokumente durchlesen? Ich stelle einen Moment den Apparat an. Haben Sie die zwei Dokumente durchgelesen? Wollen Sie sich dazu äußern? Jawohl. Das eine ist ein Polizeirunderlass, gezeichnet im Auftrage Dr. Kaltenbrunner, also vom Chef der Sicherheitspolizei an der SSD unterzeichnet und Briefkopf der Reichsminister des Innern, Pol S4, 4B4. Das ist gegangen, dieser Polizeirunderlass ist gegangen an sämtliche Staatspolizeistellen, nach Wien, Protektorat, Metz-Straßburg, Markburg, Luxemburg. Nachrichtig höhere SS-Burzeiführer, Inspekteure. Und zwar betrifft es Behandlung von Juden ausländischer Staatsanwürdigkeit im Reichsgebiet. Und das zweite ist ebenfalls ein Runderlass des Chefs der Sicherheitspolizei an SSD, gezeichnet Dr. Kaltenbrunner, Chef der Sicherheitspolizei an SSD, 4B4. Das ist kein Betreff. Ah ja, betrifft Behandlung von Juden ausländischer Staatsanwürdigkeit im Generalgouvern und in übersetzten Postgebieten. Ja, ich kann mir das heute nur so erklären, nachdem hier lediglich die Fragen der Behandlung der verschiedenen Staatsangehörigkeiten aktuell ist, dass es sich um einen Wunsch des Auswärtigen Amtes, auf jeden Fall, denn es ist ja die federführende Stelle gewesen, die nun bestimmt, welche Staatsangehörigkeiten, sagen wir mal, interessenlos sind, welche Staatsangehörigkeiten zu beachten sind. Und damit hier nun eine generelle Ordnung hereinkommt, ist eben unter Bezugnahme auf einen vorhergehenden Runderlass nunmehr der neueste Stand gekommen, während bei dem Runderlass an die besetzten Postgebiete und Generalgouvernement ein vorhergehender Runderlass nicht vorgelegen hat, weil ein Bezug nicht erwähnt wird. Wurden diese beiden Runderlasse sowohl unter dem Zeichen Paul S. 4b4b und 4b4b eher von Ihnen bzw. Ihre Abteilung verfasst? Jawohl, sicherlich, sicherlich. Paul S. 4b ist mir heute kein Begriff mehr, aber es besteht kein Zweifel, dass das von meinem Dezernat ist. Das hat auch dieselbe Laufnummer hier, dieselbe Aktennummer. Aha, bitte sehr. Ja, 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 ja. Sie sagen, dass das Auswärtige Amt federführend sei. Ist nicht hier vielleicht die Möglichkeit, dass diese Anordnung höchstens zwischen Ihnen und dem Auswärtigen Amt durchbesprochen wurde, dass aber federführend in all diesen Sachen Ihre Abteilung bzw. RSHA ja war? Ja, nun, besprochen ist es auf jeden Fall worden. Und zwar ist dieser Runderlass sowieso nur zustande gekommen aufgrund einer Besprechung oder einer entsprechenden vorhergehenden Korrespondenz, eines von den beiden. Aber das konnte ja nun nicht so geschehen, zum Beispiel, dass das Dezernat 4b4 etwa vorgeschlagen hat, nun ja, also behandeln wir die slowakischen Staatsangehörigen so, die nordamerikanischen so, die englischen so, Auswärtiges Amt bist du einverstanden damit, sondern das musste das Auswärtige Amt ja von sich aus fixieren, und zwar, weil zwischen Auswärtigem Amt und dem Reichsjahrtshauptamt nun keine Abmachungen getroffen wurden, die irgendwie persönlich abgesprochen wurden, sondern hier alles Hand und Fuß und schriftlichen Niederschlag hatte, ist das eben vom Auswärtigen Amt genau umrissen worden. Wo kann polizeilicherseits gegen bestimmte Staatsangehörigkeitsträger nach freiem Ermessen vorgegangen werden, wo aber ist aufgrund interstaatlicher oder zwischenstaatlicher Verträge, oder ich weiß nicht, welchen Ausbietchen das geschehen ist, seit des Auswärtigen Amtes, Bedenken, und hier müsse eben ein anderer Weg verfahren werden. Daher sind ja auch in diesem Polizeirunderlass hier die verschiedenen Kategorien erwähnt worden. Und die Tatsache, dass dieser Erlass nicht von dem Dezernenten unterschrieben worden ist und auch nicht einmal vom Amtschef 4 unterschrieben worden ist, zeigt, dass diese Sache aufgrund einer Weisung höheren Ortes ergangen ist und dementsprechend bearbeitet worden ist. Dass es von Kaltenbrunnen unterschrieben worden ist, beweist es nicht die Tatsache, dass diese zwei Runterlasse an Instanzen gerichtet sind, an die laut der üblichen bürokratischen Form weder Sie noch Müller anschreiben konnten? Ja, nun, nach dem Osten nicht, nein, das ist richtig. Aber zum Beispiel nach diesem Verteiler hier, da zum Beispiel habe ich ja selbst auch in gewissen Fällen Runderlasse, also Rund, wie nennen Sie, RundFS zum Beispiel unterschrieben. Das konnte schon passieren, aber es kam natürlich auf die Sache drauf an, was es für eine Sache gewesen ist. Unterstanden die Staatspolizeileitstellen nicht direkt in der in der Leiter dem Chef der Sicherheitspolizei? Das schon, jawohl, das ja. Also konnte er es nur anschreiben? Ja, natürlich konnte sie anschreiben, selbstverständlich. Aber es muss ja nun irgendwie eine entsprechende Weisung ergangen sein. Vielleicht ist irgendwie ein allgemeines Durcheinander gewesen und hat irgendeine Stelle und dann festgestellt, halt, hier muss durch einen Polizeirunderlass mal eine generelle Ordnung reinkommen. So kann ich mir das vorstellen. Das war die Aufgabe Ihres Amtes? Bitte, möglich ist es auch, dass eben im Laufe der Zeit Beschwerden kamen, ja, wie ist das zu machen, wie ist das, oder anfragen, das und jenes zu machen, woraus man eben gesehen hat, hier ist, besteht Unklarheit und zur Bereinigung von Unklarheiten bedarf es eines Polizeirunderlasses. Vielleicht aber hat auch irgendwie vom Innenministerium ist es federführend, äh, äh, ist, äh, die Sache aufgerollt worden, denn ich kann eines nicht verstehen, warum hier nicht der Briefkopf Chef der Sicherheitspolizei in der CSD genommen worden ist, sondern der Briefkopf der Reichsminister des Innern genommen worden ist, also grundlos... Pardon, weil das wahrscheinlich die, das Reichsgebiet betraf, darum ging es dann unter dieser Anschrift. No, Herr Hauptmann, es ist, es sind ja, in seltenen Fällen ist der Briefkopf Reichsminister des Innern gewesen, und wie viele Polizeirunderlasse für Reichsgebiet und so weiter sind rausgegangen unter Kopf der Chef der Sicherheitspolizei in der CSD. Es ist eben in besonderen Fällen, nur in wenigen Fällen, hieß es der Reichsminister des Innern, aber ich kann heute dazu nicht mehr Stellung nehmen, weil ich es nicht weiß, welches die Bestimmungen waren, wann muss dieser Briefkopf genommen werden, wann muss jener Briefkopf genommen werden, das weiß ich nicht mehr. Hier auf der letzten Seite meiner Nummer 4, Aleph Gimmel, 43-13d, die in Klammern erwähnte Aktennummer, die sich auf die technische Durchführung, Richtlinien zur technischen Durchführung der Evakuierung nach dem Osten bezieht. Das ist dann 4B4 klein a 2093 Anstrich 42. Das handelt sich dann um die von Ihrer Abteilung herausgegebenen Richtlinien nach der Bezüglich Evakuierung nach dem Osten. Jawohl, sicherlich. Evakuierung ist eine technische Durchführung der Evakuierung nach dem Osten. Das wird sicherlich so sein. Ich kann es noch mal durchlesen, es ist eben sehr schlecht zu lesen. nicht mehr auf der Evakuierung aus dem Eivakuierung 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 ist der Personenkreis entsprechend zu ergänzen. Das heißt also, dass in den anderen Richtlinien, die den vorausgehen, dass bezüglich des Personenkreises zwischen diesen Richtlinien und zwischen diesen Angezogenen eben ein Unterschied besteht und dass er entsprechend zu ergänzen ist. Was meine Frage war, war, dass diese Richtlinien bezüglich der technischen Durchführung der Evakuierung nach dem Osten auch von Ihrer Abteilung herausgegeben worden sind? Ja, das ist selbstverständlich auch, das habe ich ja immer schon gesagt, dass die technischen Das ist die Referenznummer wahrscheinlich da. Bitte? Dieses Schreiben ist dann die Referenznummer unter der das gelaufen ist. Jawohl, nichts anderes ist das. Wollen Sie die zwei Dokumente unterschreiben als Beweisnahme, dass sie vorgelegt worden sind? Jawohl. Das 46. Tonband läuft jetzt ab und ich werde es abstellen. Es ist 11.50 Uhr.